Er kommt seit zwei Tagen zu dem Grab von Franz. Vielleicht ein französischer Freund von vor dem Krieg. Willkommen. Und Sie kannten Franz? Ja. Aus Frankreich. Oui. Pensez à lui toujours. Comme un brèche, l'oblire. Ich bin froh, dass er da ist. Macht es dich nicht auch glücklich? Doch. Aber er wird weg gehen. Dann werden wir uns bemühen, ihn noch eine Weile bei uns zu behalten. Vous veniez souvent ici? C'est ici que Franz m'a demandé Mama. Vous avez beaucoup zu faire. La seule n'est sûre, c'est Franz. Scher Anna. Es muss ich Ihnen sagen. Du bist ja, mein Kind. Was haben wir diese Chance nicht? Mon fils est un garçon fragile. Il ne faut pas le tormenter. Ce n'est pas moi qui tormente votre fils, madame. C'est Franz. Was würde die Wahrheit bewirken? Noch mehr Schmerz. Noch mehr Tränen. Was empfinden Sie für diesen jungen Franzose? Ich weiß nicht mehr. della . Das war's. Lieber. Vielen Dank.